Oh Gott! Ist nur das Knie gebrochen. Wir sollten überlegen, die Stelle abzusperren. Könnten wir vielleicht ins Schlafzimmer zum Essen gehen? Da oben ist es nämlich tausendmal ruhiger. Kein Problem, wir haben ja den Speiseaufzug. Ich wusste es. Jetzt wirst du's sehen. Perfekt, ein bisschen Eistee für meinen Lieblingen. Und los. Alles klar. Oh ja! Er bewegt sich, er bewegt sich! Oh, in Kürze essen wir nicht mehr lange und wir essen da oben. Oh ja! Ist das ein gutes Gefühl! Du bist kleiner, du steigst da rein. Oh, nein, 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 nicht weinen. Ich verspreche dir, ab sofort triffst du jede wichtige Entscheidung. Im Ernst? Hatte uns vorstumaat. Die Knoten das Problem, Bekäseلة versammelt? Da bin ich!